Vor allem, es ist Nacht, wie soll ich denn hier ein Schwein... Boah... Boah... Wofür brauchst du überhaupt ein Schwein? Essen! Ja, wofür brauchst du Essen? Damit ich mich regeneriere vielleicht... Ach so, du kannst dich nur mit Essen regenerieren... Ja, ich schwöre, Minecraft ist voll kompliziert so... Kommuniziert? Kompliziert? Ach so... Erhöht... Erhöht... Leila... Intider... Ja... Soll ich dir das sagen? Ja, sag einfach so... Kannst dir nicht erklären... Das ist einfach... Das ist einfach so ein Moment, den man einfach nicht mal wiedergeben kann, so... Der war einfach immer... Der war... Der war einzigartig... Genauso... Genauso wie ich... Ja, einzigartig scheiße... Nein! Doch... Nö... Deine Mutter sagt was anderes... Ach, die Lava-tscheiße... Hey! Die Lava-tscheiße! Was lava-tscheiße! Hey! Was lava-tscheiße! Was lava-tscheiße! Hey, jo! Ich mag den Sound nicht! Bist du hier lang? Bist du hier lang? Bist du hier lang? Du bist hier lang? Nein, nein, nein... Doch! Du bist hier lang! Ich hab... Kann sein! Ich hab'n's... Loll! Das ist ein Tintenfisch! In a... Im Cave ist ein Tintenfisch! Ey! Ja, was macht der denn da? In der Lava-Schwimm? Hier! Ich seh' Licht! Oh mein Gott! Wie behindert das ist! Ich hab' keine Ahnung, wo du bist, Mann! Hast du den Diamanten eigentlich? Ich bin grad voll erschrocken, wenn meine Spitze kaputt ist gegangen. Ich dachte jetzt, irgendwas explodiert oder so, Alter! Hast du den Diamanten jetzt eigentlich? Hä? Ich hab' immer noch sechs Diamanten! Was mit dem anderen? Hol' den doch! Ja! Wie denn? Ich weiß gar nicht, wie schwer das grad ist, den bekommt, Mann! Bestimmt voll easy! Nein, nein, Alter! Ich gab mich schon die ganze Zeit so an der Lara vorbei, Mann! Weil das richtig hart ist! Skelett! Bitte! Ich bin tot! Bye! Viel Spaß noch! Mh... Hm... Das ist bitter! Ja, wo bist du jetzt? Wo Sponsoniert sind? Im Dschungel. So. Ich brauch' auch mal irgendwas zu essen, Alter! Okay, das ist nicht so schlimm, dass ich keine Sachen mehr hab! weil steht die meisten Sachen habe ich im Lager gelassen so wie 45 Eisen ich weiß nicht was ich machen soll ich weiß was ich jetzt mache ach du bist unwissend meine Mama sagt was anderes die Leute scheißlich gar nicht hier war ich dann müssen meine Sachen doch irgendwo hier sein ah lol da wo sind meine Sachen so also paar habe ich aber das sind noch nicht alle ich bin jetzt bei dem Diamanten cool ich hab den Bau noch nicht abgebaut sag noch nichts alter schaffst du eh nicht ja ja also der Diamant ist umgeben von nichts und von Lava ich hab meine Sachen wieder wer schießt auf mich wer schießt auf mich ich hab den Diamanten nice das zieh dich gleich ok jetzt kann man irgendwie zurück das habe ich jetzt vor aber da hinten geht noch weiter kann ich hier irgendwie einen Spawnpunkt setzen oder irgendwie so ne wenn du mir nie mehr passt ja ja kannst du mir äh kannst du halt von sitzen hm hab ich aber nicht ja dann nicht hier ist richtig viel Wasser ich will aber nicht weg hier sind locker noch mehr Diamanten weil hier ist überall Lava so und da ist ein Creeper mir gefällt das hier hier ist ein La- hier ist ein Creeper in der Lava ja der ist arm dran der Ruhren boah Croucht du gerade? nein ich crouch nicht ich glaube ich weiß wo du sein könntest mhm oder ich bin hier irgendwo in einem anderen Teil wo auch ganz viel Lava ist und äh hier ist ein Enderman ich hab ein Enderman geformt und ich hab Licht gefunden vielleicht warst du doch hier ich hab Redstone Junge Mann ich warte jetzt hier bis du mich findest ach du scheiße wie viel Lava ist hier ja wird mir auch viel Lava läuft vielleicht bist du ja du könntest auf der anderen Seite von dem See sein ne doch geh einfach mal weiter und versuch dich irgendwie über die Lava zu begeben wo ist dein wo bist du? versuch mal meinen Namen zu finden so Höhe 14 bist du? ich bin grad passen Lava gefallen alter shit bist du noch Höhe 14? ja müsste oder was ähm 15 jetzt jetzt 14 bleib mal stehen und nicht Crouchen oder mach ich grad weil wenn man Crouch dann sieht man den Namen nicht mehr ähm ähm Lava oder such mal nach mal nach Koppelst und nicht Koppelstau doch so war nach Koppelstau und zwei die müssen ja von mir sein und ich habe eine Mission und Suche nach den Koppelstau ja Mission Six Zell Röthl Marcel West gefühlt er hat h h h h aber nur schön ich bin gleich und so die richtig fettig die Jöhle ist die nicht nur ein bisschen groß ja wenn auch ein Zorn wie zwei Krieg auf mich hin hier ist ugly ugly Creeper ugly Creeper ach du scheiße Amsgars Modell bestanden Amsgars explodiert ach du scheiße hier ist noch mehr Lava ich glaube hier warst du aber hier liegt Revel ein Anzeichen das was die Mannkriegs sagen ach leck mich am Arsch ja das sag ich auch oft ja das ist gut ein Hinweis genau ein Indiz oder sowas genau ein Indiz klingt scheiße schmeckt scheiße insider Crouch du grad ne jetzt nicht mehr ey sag mal deine Daten einfach sag mal wo du bist also warte x x130 z 70 und y 14 130 70 ich bin auf der anderen Seite bitte bei mir ist 230 ich weiß 130 und ich weiß schon mal in welche Richtung na ich glaube ich weiß wo soll ich hier dann einfach warten ja ich bin ja nur grad am verrecken aber ist egal das packst du schon wenn ich ich kriege deine Sachen eisgelt lol ich hab grad back ich auch ich kann das skelett nicht killen ja bei mir lecker der server ja ist so dann mach kurz auf ne aufnahmen pause gehen beide nur mal kurz zum server weil das ist grad richtig fail ich klicke auf irgendwas und ah jetzt geht's wieder wow erstmal spawner hier spawner und das oh ja da ist Brot drin sauber hab was zu essen na jetzt hebst du mir was auf ich hab nur zwei Brot und meine Hungersleiste ist fast leer das reicht nicht mal für mich allein oh ok wo 130 70 boah ja muss ich ja noch weiter wo ist denn 70 ach so muss ich erst hoch was war denn alles beim spawner drin ähm sattel schwarzpulver string ne ist stringlich ähm kein bucket ne hier ist ein slime ein buggy slime hab ich doch ein slime gehört der backt hier rum ach lass ihn rumbacken passt schon ich kann bucket mitnehmen ja noch noch mit dem spieler dann Lager er wird zu mir kommen ja das ist auf dem weg oder soll ich schon mal die entgegenkommen mit den diamanten auch da war doch ein bucket drin ich weiß ich mache ich komme jetzt entgegen denn ich weiß nämlich noch nicht gegangen bin und zwar ich werde immer kommt es doch damit ich weiß nicht lang muss okay warte mal 130 70 es ist hier hier ich werde nicht 0 warum muss ich so warum es wurde gleich groß sein Hölzer aber das mit dem Diamanten war nicht so war wo auch ich habe ein Kripp gegen Hörn muss da bei mir ich hoffe ich höre ich habe schon bei den ich weiß wo ich lang muss ich komme gerade entgegen also ich müsste dir entgegenkommt ein bisschen an der Weg zum dann macht ihr auch nicht ich hab deinen Namen gesehen Hauptsache wir schon gewinnen einfach gegen das Trophy ja geh mal weg wir nehmen gerade noch auf ey ja ich sehe deinen Namen Alter ich komme gerade entgegen Hilfe ja ich komme ich weiß wo du bist ich weiß wo du bist bleib da bleib da hier irgendwo ja ja lass dich überhaupt ooooh ich wollte dich nicht zurückkommen oder wie auch komm her komm hoch boah ja Blomb wo gehst du hin Alter zum Lager hier hier komm erst mal mit hier es war doch hier oder ich weiß nicht mehr wo ich lang muss hier ah da 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 hier an der Seite oh komm mal her Junge wo bist du denn ich geh zum Lager ja aber ich will erst mal hier zu den Diamanten zurück ich hab die nicht mitgenommen wie so boah ja oh ein Enderman wo bist du jetzt wieder hier ja hier da oben ja wo Alter bei mir lächelt gerade alles boah ja